Engelbert. Ja, wer ist denn da? Wir zwei müssen reden. Ja. Hast du den Ersatzschlüssel von unserem Haus noch? Nein. Wie bist denn dann reingekommen? Und wie hast du den Teppich rausgekriegt? Wer wird den Teppich rausgekriegt, Basti? Das willst du wohl besser wissen, oder? Weißt du, was du bist? Ein Feigling.